Hallo zusammen, mein Name ist Silas Staufer, bin im Zähne und im vierten Lehrjahr als Konstrukteur in der Karossi HESSA-B-Dätigung. Hallo zusammen, mein Name ist Timo Winischdörfer und ich bin im ersten Lehrjahr als Konstrukteur. Wir zeigen euch heute unsere täglichen Herausforderungen und Aufgaben. Als Konstrukteur muss ich saubere Zeichnungen für Produktionen erarbeiten. Hier erkennt man das Dachgrip eines Buses. Alle werden an diesem Programm andere Teile wie zum Beispiel für die Nutzfahrzeuge hergestellt. Als Konstrukteur muss man mal Analysen durchführen und Off-Werte von Lieferanten einfordern und bearbeiten. Nach der Lehre mache ich Brussmatura. Brussmatura möchte ich nachher noch ergänzen mit Passerelle. Nachdem habe ich vor, noch zu studieren, entweder Fahrzeugtechnik, Automobiltechnik oder Maschinaging als Wissenschaften. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in unser Buchsalter angefallen und wir freuen uns auf eurer Bewerbung.